Ja, und da haben wir diesmal zwei Couch-Potatoes, sage ich einfach mal. Und zwar geht es diesmal um zwei Katzen-Omis, die hier im Dresdner Tierheim in Stetsch auf eine neue Familie warten. Das sind Anni und Suse. Anni und Suse sind britisch-Kurzhaarkatzen, sind so 15, 16 Jahre alt, werden nur zusammen vermittelt, weil sie ihr ganzes Leben lang schon zusammen sind, sind super freundliche Katzen und möchten einfach ganz viel Liebe, möchten gestreichelt werden, möchten schmusen. Eine von beiden hat eine leichte Niereninsuffizienz, das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen mit dem Futter. Ansonsten sind sie total entspannt und für Leute geeignet, die eben zwei Katzen möchten, die jetzt nicht so den Stress mit einer jungen Katze haben wollen, die es halt einfach ein bisschen entspannt mögen. Also Anni und Suse, die zwei britisch-Kurzhaarkatzen, unsere Katzen-Omis, warten hier im Dresdner Tierheim auf eine neue Familie.